Hallo, guten Tag, ich bin Christoph Hack. Ich stehe hier in meinem Atelier für Lederbekleidung und für Taschen in Köln. Hier fertigen wir diese Dinge an und ich möchte Ihnen heute mal zeigen und erzählen, wie Sie zu Ihrer maßgefertigten Lederhose kommen. Der Weg kann sein, dass Sie Ihre Lieblingshose vermessen. Lieblingshose heißt, passt im Bund, passt in der Länge, ist keine Stretchjeans, ganz wichtig. Mit den Maßen, die Sie rausfinden, weiß ich, welche Größe Sie haben und kann Ihnen daraufhin eine Musterhose zuschicken in Leder, die Sie dann prüfen, für gut befinden oder nicht für gut befinden und dann finden wir raus, wie die Hose, die Sie wirklich maßgefertigt bekommen, dann auszusehen hat. Jetzt erzähle ich Ihnen, wie Sie Ihre Lieblingshose vermessen können, damit ich genau weiß, welche Größe Sie eigentlich haben. Wir fangen mit der Bundlänge an. Bund ist einmal oben rum um die Hose. Ich halte den Bund schön glatt, fange genau an der Kante an, wo der Bund aufhört, halte gut fest, messe immer gerade, messe keine Bögen, immer gut festhalten oben lang und genau bis zu der Kante, wo ich gestartet bin, bin ich bei 92. Das heißt für mich, das ist eine Größe 50. Und das nächste Maß, was ich brauche, ist die innere Beinlänge. Genau von der Kreuzung, wo Vorder- und Hinterhose zusammenkommen gemessen bis runter. Hier messe ich ein Maß von 85. Dann ist es gut für mich, die seitliche Beinlänge zu haben. Das heißt, ich weiß, wie lange die Hose wird. Das weiß ich auch mit der inneren Beinlänge, aber wenn ich beide Maße habe, kann ich die Leibhöhe bestimmen. Ich messe von der Oberkante der Hose runter, ganz, wo sie oben zu Ende ist, gerade runter, bis die Hose auffällt. 112 heißt, derjenige, dem diese Hose gehört, ist ungefähr 1,82 groß. So, jetzt weiß ich, welche Konfektionsgröße Sie in meiner Tabelle haben und kann Ihnen eine Musterhose in zum Beispiel Hirschleder zusenden. Wenn Sie diese Hose haben, werden wir weiter sprechen oder vielleicht passt die Hose sogar und alle sind froh. Das war meine Anleitung, wie Sie herausfinden, welche Konfektionsgröße Sie bei mir haben. Am allerschönsten fände ich es aber, wenn ich Sie persönlich kennenlernen könnte und vor Ort in der Maastrichter Straße 22 hier in Köln mit Ihnen ein ausführliches Beratungsgespräch führen kann über Lederhosen, über Lederarten. Immer am schönsten, sich persönlich kennenzulernen und da lade ich Sie herzlich zu ein, mit mir einen Termin zu vereinbaren und dann treffen wir uns in der Maastrichter Straße. Vielen Dank. Vielen Dank.